Sie haben den Alarm ausgelöst. Jetzt werden wir eingeschlossen. Ich muss zum Sicherheitshub. Aber willkommen zurück. Bye. Ich muss nur meine blankpolierten Freunde hier beschäftigt halten. Führen wir sie auf eine Cyber-Entenjagd durchs Büro. Ja, ja. Hallöchen, Jungs. So, damit willkommen zurück bei Doctor Who, die Unendlichkeits-Uhr. Wir steuern jetzt mit, weil der Doctor in der Vergangenheit ist. Wir machen jetzt alles hier richtig. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Aber offenbar muss ich ins Büro da oben. Die Menschen werden abgegradet. Ich mach das jetzt mal. Menschen, erhebt euch und bereitet euch auf euer Upgrade vor. Ab nach oben. So. Ah. Okay, das gleiche Spiel wie immer. Ah, okay. Nur zwei muss ich machen, offenbar. Der Schaft. Hier nochmal das gleiche Spiel. Widerstand wird nicht toleriert. Erhebt euch oder ihr werdet gelöscht werden. Verdammt. Geringe Anzahl menschlicher Subjekte im Umkreis vorbereiten auf Erweiterung des Erntebereichs. Verdammt. Das war doof. Was ist da oben? Noch mal von Neuem. Ich hab zu lang gezögert. Die Erde wird den Cybermen gehören. Ihr werdet abgegradet werden. So, jetzt. Holen wir das noch einmal. Noch einmal. Ich hab Angst zu versagen hier. Löschen, 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 löschen. So. Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. Gut. Jetzt das nächste. Äh. Eins. Eins. Ergibt euch oder ihr werdet gelöscht werden. Geschafft. Boah. Komm schon, auf Zug. Menschen, ergebt euch und bereitet euch auf euer Upgrade vor. Oh, ich will nicht Upgrade werden. Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. Und raus hier. Da bist du. Kleines Problem. Büro voller Cybermen. Zumindest sind sie nicht mehr im Schiff. Komm schon. Wir müssen zum Dach der Baustelle. Zurück im 21. Jahrhundert. Sieh mal eine absolut perfekte Straße. Äh. Okay. Da müssen wir wohl da rein. Dies ist das mobile Unit-Einsatzkommando. Alle Bürger werden umgehend evakuiert. Unit? Jetzt übergeben sie sich zu dem ihnen zugewiesenen Sammelpunkt. Gott sei Dank, nun ist es da. Wir müssen das schwächste Glied finden. Ein kleiner Schuss mit... Widerstand wird nicht alle leert. Ergibt euch oder ihr werdet gelöscht werden. So. Hilf mir mit, du... Ey, Wilber, was machst du da? Hilf mir mal lieber. So, schieben wir das mal hier hoch? Äh, da... Dings. Hinten. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Dieser Kran, gerade erst verlassen. Sie müssen sich dem Fahrer direkt bei der Arbeit geschnappt haben. Heißt das, dass die Schlüssel noch stecken? Heißt das, dass die Schlüssel noch stecken? Ja, klar. Wollen Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an das Unit-Personal bei den Barrikaden oder wählen Sie 8, 6, 4, 8 und verlangen Sie nach Käpt'n Bell. An wen? Ah. Okay. Bis jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen müssen. Nee, hier ist auch falsch. Auch falsch. Was müssen wir denn machen? Was kann man denn machen müssen? Hopp. 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 Ja komm schon. Gibt es da weiter hoch? Nein. Was muss ich denn jetzt machen? Ah, das muss ich machen. Aber eigentlich muss ich auf die Kabine erzielen. Ja, da sagst du was über. Menschen, euer Widerstand wird fehlschlagen. Ergebt euch jetzt. Halten Sie sich von angreifenden Streitkräften fern. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand ein und warten Sie auf Anweisungen. Wir können das Fensterputzergerüst benutzen, um runterzukommen. Und noch einmal. Ah, okay. Jetzt schnalle ich's. Alle Menschen, die sich gegen das Upgrade wehren, werden gelöscht. Wir haben's geschafft. Die Erde wird dem Cyberman gehören. Ihr werdet Upgraded werden. Nein, werden wir nicht. Das kennt man schon. Äh, ah. Ah. Mit, äh, S drückt man die Wälde nach oben. Okay. Äh, komm, schade. Und mit A, äh, macht man bis nach links. Okay. Habe geschafft. Ich hasse Orte wie diesen. So kalt. So brutal. Und. Komm schon. Und dann. Moment. Cyberlagereinheiten. Hunderte. Wir müssen das beenden. Komm schon. In das Zentrum des Schiffs. Das Befehlssignal des Cyberplanners wird stärker in dieser Richtung. Oh, ich war noch nie in so einem Cyberschiff. Diese Tür ist thermionisch versiegelt. Es muss irgendwo Doppelsteuerungskonsolen geben, um sie zu öffnen. Wir müssen uns aufteilen, wenn wir auf die andere Seite wollen. Thermionische Leitungen. Ein kleiner Schuss. Oder ein bisschen Schallschrauben. Und schon ist die Sache gemeistert. Und wir können dran hochklettern. Dann Schallschrauben mal. Bloß nicht den erwähnen. Wen soll ich nicht erwähnen? Den Master. Meister. Nicht Master. Dann haben wir ja nochmal Glück gehabt. Warum Master? Kann er auch nach oben? Nee, kann ich nicht. Das ist jetzt doof. Oh, ich frage mich, ob sie Bytee kennen. Ich gehe denen besser aus dem Weg. Umblemer, kleiner Stromstoß. Bytee. Das ist der Leber nach oben. Ach, mit der Leiterstasse kann man sie rutschen lassen. Okay. Ah, dann bin ich nach oben. Okay. Dann hab ich nach oben. Jetzt können wir nach oben klettern. Au. 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 Mann. Das tut doch weh. Okay. Dann klettern wir mal. Hier ist ein Teil der Doppelsteuerung. Wir müssen beide gleichzeitig bedienen. Das ist so wichtig. Ah, nein. Ich verstehe. Ich verstehe. Das spiele ich mal. Was ist das? Ah, nein. Ah, yeah. Der kommt nicht da rum? Lange. So. Praktisch, die hat einen Laser und kann... die kleinen bei dieser töten ich kann das nicht der doktor meine ich da kann mit dem schraubenzieher der macht das ist voller cyberman wie lange ist es schon hier also ich sagen wollte der schraubenzieher funktioniert nicht bei den dingern aber dafür diese komischen bei diesen also was bringt ich die ganzen tagebuchseiten einsammeln ich gucke gleich mal im menü und ich bin gleich tot an nein 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 was machst du darüber das rein das rein das draußen 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 rein den kommandoraum des cyberplaners erreicht löschen 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 wollen wir gleich alles löschen ein dringling entdeckt padron unterwegs verarbeitungseffizienz neu berechnen brücken die aktiviert aktivitäten des einreglings unterbunden verarbeitung fortsetzen unglaublich dass ein einziger mensch dafür verantwortlich ist ein einziger mensch ist dafür verantwortlich ich warte auf dich mein süßer ok noch mal das gleiche spiel ein 1179 menschen abgegradet verarbeitung wird fortgesetzt das rein das rein das rein das außen geschafft ein bringling hat termionische brücke 1 reaktiviert sicherheitssysteme verstärken verarbeitungseffizienz wird neu berechnet wir haben effizienz ansteigend wir haben es fast geschafft hallo doktor man nicht viel runterrutschen doktor was machst du denn aha ein dringling entdeckt schwadron wiederbeleben verarbeitungseffizienz kompromisiert neu berechnen neu berechnen sie sind aufgewacht wir sollten weg rennen so was ist das denn jetzt termionischer kern läuft bei 96% effizienz rekalibrieren 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 aaa ein dringling hat termionische brücke 2 reaktiviert sicherheitssysteme auf höchststufe verarbeitungseffizienz sinkt neu berechnen neu berechnen so gleich das video bei mir unten 3809 menschen abgegratet verarbeitung wird vorgesinnt verdammt ein bisschen schneller jetzt ein dringling hat termionische brücke 3 reaktiviert sicher systeme ineffektiv verarbeitungseffizienz die cyberpläner dann im schiffskern der schiffskern überträgt termionische energie in die ganze fabrik wenn wir die steuerung über und unter dem kern erreichen können können wir ihn überladen und den cyberpläner mitsamt dem schiff zerstören hast du nicht etwas vergessen? höchstwahrscheinlich ich habe eine kunst daraus gemacht Dinge zu vergessen die cybermen, die cybermats und noch dazu jedes andere cyberdings zwischen uns und der steuerung ach komm schon növer, das wird kinderleicht was ist das? da oben beim cyberpläner ich weiß es nicht, aber es hat eine gewaltige temporale signatur was machen die cybermen mit so etwas? wir müssen an das ding rankommen, ausfinden was es ist es strahlt enorme temporale schwankungen aus so eine art verzerrungsfeld nein, kein Feld ein strahl ok ok da wollen wir ja außen was anringlänge haben den hauptkern infiltriert verarbeitung angehalten es ist der time lord genannt der doktor der doktor gelöscht werden nein löschen 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 daten download abgeschlossen informationen werden verarbeitet prioritäten werden neu berechnet eindringlinge umgehend löschen nicht identifizierte bewegung geordnet 4.006 menschen abgegradet verarbeitung wird fortgesetzt ah verdammt sorry, keiner aber haben wir trotzdem wehgetan daran verdammt verdammt ich hätte jetzt diesen weg ein schweb keine humanoiden entdeckt system check läuft patruliere keine feindle gesichtet eind die Menschen werden upgegradet Ich muss da nach oben. Du wirst gelöscht werden. Systemcheck läuft. Komm schon. Halt. Bereite dich auf ein Abwehr vor. Ah, verdammt. Es ist der Pine Lord genannt. Der Doktor, er muss gelöscht werden. Löschen, löschen, löschen. Eure primitiven Waffen sind nutzlos. Ergebt euch und macht euch für das Upgrade-Bird. Nein, mach ich nicht. Ich will da jetzt nach oben. Suche nach menschlichen Zielen fortsetzen. Die Menschen werden abgegradet. Kann ich irgendwie nicht als Hörer spielen? Ziel erfasst. Feuer frei. Systemcheck läuft. Systemcheck läuft. Keine humanoiden entdeckt. So, suchen wir es mal auf die Seite. Wir müssen weiter und die Steuerung erreichen. Ah, geschafft. Datum-Download abgeschlossen. Informationen werden verarbeitet. So. Wir haben es fast geschafft. Oberste Priorität. Energiequelle verteidigen. Oberste Priorität. Energiequelle verteidigen. Keine humanoiden entdeckt. Abschnitt gesichert. Patrouille fortsetzen. Was muss ich jetzt da hochklappen? Ne, umregt. Ich muss ja die Konsole. Ja, komm schon. Ja, geht nur. Geht nur. Geht nur. Geht nur. Geschafft. Geschafft. Hä? Aber das ist jetzt eine Aktion. Systeme arbeiten auf maximaler Effizienz. Daten-Download abgeschlossen. Informationen werden verarbeitet. Du wirst gelöscht werden. Nein, werde ich nicht. Systeme arbeiten auf maximaler Effizienz. So. Daten-Download läuft. Systeme arbeiten auf maximaler Effizienz. Die Menschen werden abgegradet. Sektor gesichert. Los, klettern mal. Geschafft. Auch die sind jetzt oben. Daten werden zu Cyber-Control übertragen. Ne, lieber nicht an mir sehen. Du wolltest mich lieber nicht mit denen anlegen. Die Daten werden zu Cyber-Control übertragen. Ich, liebe nicht an mir. Ich bin hier auf richtig. Bin ich auch richtig? Nein, hier bin ich ja nicht richtig, oder? Aber patrouliere weiter ein bisschen lang Sektor gesichert weitermachen Suche nach menschlichen Zielen fortsetzen Weiß ich ob ich hier jetzt durchgespüren, aber ich probier's jetzt einfach mal Weil die Brünnig muss, Mann Ich bin sicher, patrouliere fortzunehmen Autsch Au Vielleicht dann mal nach oben, um es zu regenerieren Dann geht er gar nicht mehr Was muss ich denn machen jetzt? Gibt's ne Karte oder so, was das ähnlich ist? Ne doch, das steht einfach nur da Gut, dann melde ich jetzt hier kurz die Folge Bleibt mir gewogen und bis morgen Ciao Keine Humanoiden entdeckt No Ah No Vielen Dank.